jo liebe leute herzlich willkommen bei der battle time jetzt spielen nova und ich also team was bist du otakul und team langer schwanz was heißt denn otakul um gottes willen otakul kennst du nicht den begriff ne kenne ich leider nicht okay wie man hier so ein bisschen diva action ist natürlich immer schön mit der diva ist natürlich schön wie ich verkacke wieder ich darf es nicht zu pushen gut gut ach ja ach nee alter kommen irgendwie immer noch die gleichen champions in diesem spiel Ich habe gehört, dass Lico dich mit Hans so gemacht hat. Das sind alles Gerüchte, Janik. Nein, hat er. Da komme ich selbst nicht so ganz drauf klar. Da bin ich selbst fast vom Glauben abgefallen. Ich und Widowmaker okay, aber... Das war wirklich knapp. Ich habe nur noch 16. Die hasse ich. Ich kann die nicht spielen. Da kann ich dir direkt den Pill schenken mit. Ich bin eben gegen René und Nico mit der einfach runtergesprungen, weil ich keinen Bock auf den Champion habe. Ich hasse es. Das ist so langweilig im 1 gegen 1. Ja, finde ich auch. Als Opa. Wie der Leiche da liegt. Oh, Mei hatte ich heute noch gar nicht. Ja, ich schon. Wie sie lacht. Was? Es lohnt sich für unsere Welt zu kämpfen. 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 Ich kann nicht vielleicht noch mal gewinnen. Aber ich muss sagen, Dominik ist nicht schlecht. Das stimmt. Muss ich echt sagen. Ich habe ja auch... Er hat die 1. und die 2. rum. Ich bin gegen dich so krottig. Wollen wir das nicht gleich beendieren? Nein, ich brauche das. Deswegen werden wir die Battle Time auch niemals mit CS GO machen. Das stimmt ja, das ist aber auch dämlich bei CS. Ja genau, mit dir ist es dämlich. Ihr könnt das ja gerne machen und dann könnt ihr so zu 5 gegen mich spielen oder so? Nein, 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 nein. Ich spiele selbst gegen... Nein, nein, nein! Oh Gott, jetzt muss ich nachladen. Ah, nice. Auch mal ne Runde gewonnen. Ich habe aber nichts getroffen, die ersten 5 Schüsse. Oh nein! Warum? Vielleicht schaffst du es ja mal gegen mich. Hast du ja glaube ich schon mal. Ja, mit Reinhard gewinnt der sonst immer. Oh Gott! Wo ging der denn hin? Ich wollte es schnell machen. Sie! Ja, ja, ja. Schnell und schmerzlos. Auf jeden Fall GZ, äh, GZ Nico. Hallo, hallo, ich bin der Nico. Na ja, da kommt er. Vielleicht habe ich schon mal gecheckt, dass du zu mir bist. Überhaupt nicht. Ja, ja. Da hab ich dich ausgetrickst. Na gut Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der Rückrunde. Haut rein und ich krieg ne Lootbox. Bis dann. Auf Wiedersehen.